Am allermeisten hat mich überrascht, dass alles ganz anders war, als ich es erwartet habe. Und das zweite ist die Komplexität der Aufgabenstellungen, die wir zu lösen haben. Das ist beeindruckend und das beeindruckt mich heute noch. Ich glaube, wir müssen andere Wege gehen in der Behördenrekrutierung, wir müssen neue Wege gehen. Die Systeme müssen wir überprüfen und ich glaube nur so können wir sicherstellen, dass wir genügend Menschen haben, die bereit sind, so ein Amt zu übernehmen. Die Systeme lassen sich sterben. Verb recover, das andere Maschinen sei. Das ist ein Amt zu übernehmen. Beliebung ist jetzt ein Amt zu übernehmen. Das ist der Ausmabeletz. Die Systeme muss ich übernehmen. Versichert sind das erneuerlich. Das ist der Ausmabe, wenn der Ausmabe ist. Vielen Dank.